Hallihallo, ich heiße Irina. Willkommen zu meinem neuen Video Intensives Bauchtraining auf der Matte. Ich habe die Matte schon vorbereitet, ich packe sie aber kurz zur Seite. Wir fangen mit leichtem Warm-up an. Marsch auf rechts. Ich habe auch keine Schuhe an, das kannst du gerne auch machen. Wir machen ja zu Hause. Und da ist ja in Ordnung, auch wenn wir keine Schuhe haben, wir gehen anschließend auf die Matte. Einatmen. Aus. Nochmal. Side-to-Side, Schulterkreis. Kleine Gelenkvorbereitung. Aufwärmung. Beide Schultern. Muskel aktivieren, mobilisieren. Nochmal im Wechsel. Ellenbogen. Weit nach hinten. Und Kreis hoch. Noch vier. Drei. Zwei. Ellenbogen. Noch vier. Drei. Zwei. Schultern. Arm geht nach vorne. Noch vier. Drei. Zwei. Zur Seite. Körper mitnehmen. Noch vier. Drei. Zwei. Einmal noch vor. Ja. Vier. Drei. Zwei. Schulterkreis. Okay. Vier. Drei. Zwei. Step touch. Arme mitnehmen. Sehr gut. Vier. Drei. Zwei. Zum Pokerl. Vier. Drei. Zwei. Nie lift. Arme von oben. Vier. Drei. Zwei. Step touch. Vier. Drei. Zwei. Nie lift. Vier. Drei. Zwei. Marschieren. Einmal hoch. Tief. Wir bleiben stehen. Hüfte. Knie nach außen drehen. Nach außen drehen. Zwei. Nach. Richtung. Wechseln. Zwei. Nach. Ja. Anderes Bein. Komm. Auf. Öffnen. Öffnen. Zwei Stück. Schließen. Aus. Schließen. Ja. Wir stehen schön stabil. Und aufrecht. Locker. Ja. Nach außen. Und jetzt gleich gebeugt. Und jetzt Schultern. Tief. 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 Knie. Ja. 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 Sehr gut. Tief. Noch vier. Drei. Zwei. Und hier schon bleiben. Halt. Schön nach außen. Kniefußspitze direkt zur Seite. Bauchspannung. Wir schauen schön nach vorne. Wir drehen uns. Wir drehen uns. Hüfte dehnen. Wir gehen nach unten. Abstützen. Noch tiefer mit der Hüfte kommen. Halten. Arm tief. Und hoch in die Länge. Tief. Hoch in die Länge. Letztes Mal. Tief. Tief. Hoch. Abstellen. Bein nach hinten. Aufpassen. Anderes Bein nach vorne. Tief. Zieh. Zieh. Halten. Arm dazu. Seite unten. Hoch in die Länge. Seite unten. Hoch in die Länge. Letztes Mal. Hoch. Ab. Bein. Wir gehen ran. Hoch mit dem Po. Gebeugt. Hoch. Gebeugt. Noch mal hoch. Bleibt. Aufrichten. Rollen. Wirbel für Wirbel. Locker. Sehr gut. Wir sind bereit. Wir gehen auf die Matte. Ein Schritt. Knie. Nach unten. Okay. Erst auf dem Rücken. Okay. Schulter und Arme bleiben erstmal auf dem Boden. Bauchspannung. Ferse ranziehen. Fahrrad fahren. Spannung im Bauch. Die Mitte ist ganz, ganz fest. Und natürlich weiter atmen. Ganz in Ruhe. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Jetzt kommt der Kopf hoch. Ellenbogen sieht man noch im Blickwinkel. Und acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ellenbogen dazu zum Knie. Diagonal. Fest. 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 Ja. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Spannung im Bauch. Halten. Zwei. Kopf. Halten. Beine weiterfahren. Ja. Noch ein bisschen. Komm. Intensiv. Und acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Letzte Runde. Halten. Spannung. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Loser. Okay. Das war die erste Runde. Wir haben noch zwei. Ganz toll. Okay. Okay. Die Beine öffnen. Wir setzen uns vom Liegen hin und schön auf recht oben bleiben. Abrollen den Rücken und wieder zurück abrollen. Es geht los. Hoch. Nach oben. Tief. Nach hinten. Arme hoch. Schön auf recht. Zieh dich lang. Auf die Sitzhöhe kommen. Und acht. Sieben. Sechs. Spannung im Bauch. So. Vier Mal. Beim letzten Schummel wieder ein bisschen. Zwei nach. Und jetzt bleiben wir nur vorne. Wir reiten vor. Twist. Gerade Rücken ist wichtig. Auf die Sitzhöhe. Aber lass ein bisschen nach hinten. Ja. Gerade Rücken. Spannung im Bauch. Ellenbogen schön nach unten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und zuletzt. Tempo kommt. Seite. Versucht vorne die Knie stabil zu halten. Gerade Rücken. Spannung, Spannung im Bauch. Und acht. Sieben. Sechs. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Perfekt. Und löse. Zweite Runde geschafft. Tot. Noch eine haben wir. Wir gehen auf Höheblend. Aber Beine bleiben gebeugt. Abstützen. Knie. Fuß. Aus den Schultern rausschieben. Schön gerade. Schädel. Zeig direkt nach vorne. In Verlängerung der Wirbelseite. Knie hoch. Halten. Spannung im Bauch. Atmen. Ganz in Ruhe. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Aufpassen. Zwei. In Wechsel. Strecken. 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 Lang. Beugen. Beugen. Noch vier. Beugen. Erst langsames Tempo. Strecken. Strecken. Spannung. Ja. Zwei noch. Perfekt. Beugen. Halten. Halten. Einmal noch. Und beugen. Tempo kommt. Strecken. Strecken. Beugen. Beugen. Ich komme nach vorne. Strecken. Beugen. Beugen. Strecken. Strecken. Beugen. Beugen. Langsam fliege ich da weg. Noch vier. Drei. Zwei. Komm schon. Komm schon. Ich glaube an dich. Letzter. Halte. Acht. Sieben. Sechs. Aufpassen. Fünf. In die Länge. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Wir schaffen. Luft. Noch ein Bonus. Eine Bonusübung. Sechzehn Mal. Schön auslockern. Nach innen. Lockern. Weil wir brauchen die gleich noch. Okay. Abstützen. Lang. Und jetzt Po geht nach hinten. Eine tolle Ecke. Wieder zurück. Kommt. Eins. Tief. Zwei. Tief. Ganz fest. Drei. Tief. Vier. Fünf. Spannung im Po. Spannung im Bauch. Ganz körperlich. Sieben. Ich hoffe, ich zähle richtig. Und acht. Nochmal acht. Ich zähle jetzt rückwärts. Sieben. Sechs. Fünf. Kommt schon. Letzte. Vier. Drei. Wir schaffen es. Zwei. Und beim letzten Schirm halten. Halte, halte, halte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Knie in Wechsel abstellen. Lock. Wir haben es geschafft. Ganz toll. Du kannst natürlich gerne noch was für die Beine oder für die Arme. Schulter nehmen. Für den Oberkörper. Oder du machst mit mir weiter. Cool. Genau. So. Kleines noch zum Schluss. Kindsposition. Schön rund machen. Den Körper. Den Rücken rund. Locker, locker. Nochmal nach vorne. Zieh. Zieh. Po hinten. Die Sitzhecke strahlen die Wand hinten an. Und jetzt gehen wir auf Knie rauf. Kleines Doppelkinn. Und Schulterblätter zusammen. Weiter atmen. Nochmal vor. Nach hinten. Einmal noch auf die Knie. Doppelkinn. Lösen. Ein Bein geht vor. Und wir dehnen die Hüfte. Ja. Aufpassen. Ich habe jetzt hier vorne mein rechtes Bein. Rechter Arm geht vorne. Drückt gegen das Knie. Linker Arm geht nach hinten. Such deine Arme. Wir schauen zur Hand. Ganz stabil. Ich wackele ein bisschen. Wir gehen wieder zurück. Kommen auf die Ferse. und ziehen das Bein, die Wade und Oberschenkel hinten. Stellen ran. Und ziehen das Bein. Und ziehen das Bein. Und ziehen das Bein. Und ziehen das Bein. Stellen ran. Wechseln das Bein. Tief. Hüfte dehnen. Drücken. Und dann rechter Arm geht nach hinten. Wir schauen zu der Hand. Kommen zurück auf die Ferse. Dehnung in der Wade und Oberschenkel hinten. Wenn es nicht geht, kannst du auch ohne festzuhalten bleiben. Perfekt. 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 Stellen ran. Mit den Füßen abstützen. Mit den Händen abstützen. Nur die Po geht nach oben. Versuch die Arme unten. Lassen. Nochmal beugen. Aufrichten. Nochmal strecken. Beugen. Aufrichten. Einmal noch. Geh nach oben. Hüllen. Locker die Schulter. Noch ein bisschen wie vorher bei der Aufwärmung. Und ran. Und auf. Und ran. Und auf. Ach, das war nicht bei diesem. Ich habe schon verwechselt. Auseinander. Nochmal. Auf. Hoch. Und Schwung. Tief hoch. Letztes Mal. Wir bleiben schön oben. Zieh dich lang. Ja. Und jetzt nach oben. Länger, 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 länger. Und fallen lassen. Locker. Und jetzt wirklich langsam wirbel für wirbel den Rücken aufrollen. Kopf kommt zuletzt. Schulterkreis. Ja. Ganz entspannt. Auch schön einzeln. Körper leicht mitnehmen. Sehr gut. Und noch schön ausschütteln. Die Faszien noch lockern. Super. Dankeschön. Ich habe mich gefreut, dass du mitgemacht hast. Gerne kommt wieder vorbei. Schau wieder rein. Du kannst auch Playlist anschauen. Da habe ich noch ganz, ganz viele Übungen. Ganz viele Videos für dich. Kannst gerne aussuchen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich, freue ich mich um Daumen oben. Abonniere meinen Kanal. Verpasst du die Videos nicht. Ansonsten vielen, vielen Dank nochmal. Bleib gesund. Bis nächstes Mal. Tschüss.